Ich muss dringend mit Ihnen über Mia reden. Was ist denn, Herr Schmidt? Ich werde Ihnen drei Dinge über Mia sagen. Welche drei Dinge? Erstens, Mia schläft oft im Unterricht ein. Warum machst du das, Mia? Schlafen macht mehr Spaß als Mathe. Tut mir leid, Herr Schmidt. Was ist das Zweite? Mia furzt oft im Unterricht. Mia, warum furzt du im Unterricht? Weil ich Döner mit Zwiebel esse. Haben wir das nicht gerade gegessen? Ich habe eben gefurzt. Gott sei Dank. Was ist das Dritte, über das Sie reden wollen? Das Dritte ist, das war alles Spaß. Was ist hier los? Mia ist gut in der Schule. Träume ich? Nein. Hä? Oh, schade. Schläft dein Vater?